Hallo Leute und Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Land 2 The Six Gun Coins Ja, im letzten Jahr haben wir Wario in seinem Schloss endgültig als übergewischt Und ja, heute wollte ich euch die Geheimverstecke zeigen, die es hier gibt Und ich glaub, dass er es, ich glaub, das erste Mal hier drin Ja Ach, das war wirklich geraten Gut Nein, nein, mein Filz, mein armer Filz Ja gut So Unsere 23 Leben sind beibehalten und naja Wir wollen jetzt unsere Secret zum Spiel halt jetzt finden Oh, nein, nein Schnell runter Yes, go Mario Oh Gott, nein, was soll das go? Oh je Nein, ganz ruhig Wir bleiben ganz ruhig Ich will das nicht durchdrehen Ich will das jetzt erschlecken Oh Gott Oh mein Gott, der Wache-Fuck-Boot-Käfer, wer kennt ihn noch? Oh mein Gott Oh mein Gott Die Wache-Fuck-Boot-Käfer Die Wache-Fuck-Boot-Käfer Oh mein Gott, der Wache-Fuck-Boot-Käfer Nein Oh, Mr. Mario Wir haben ihn durchdrehen Spack-Kumaat So, was er So, was er Ah, es ist ein Oh mein Gott, ich will das jetzt Oh mein Gott Oh mein Gott, ich will das jetzt Oh mein Gott, ich will das jetzt Oh mein Gott, ich will das jetzt Ich muss gleich nochmal ins Leben rein. Wann ist ein Teil von Sponnamen? Jetzt geh rein! Mario! Ich weiß nicht, ich hab's nicht. Jetzt müssen wir wieder ganz, ganz hoch. Ist es so, oder? Ist er so? Ja, die still war's. Ich hab sie wieder gefunden. Okay. Okay. HALTER! Okay. So, jetzt ist wieder hier die Größe. Und hier? Diese Tore mit dem Stern sind meistens solche Secrets. Also so Spezialausfänger. Und jetzt haben wir einen gefunden. So, hier geht's hin. Das sieht jetzt aus wie ein normales Leben. Und hier sollt' ich noch vor. Tja. Ja. Ja. Nein! Das ist so. Ich hab's nicht verdreht. Ich hab's nicht verdreht. Nein. Ey, das gibt's nicht. Jetzt hab ich übrigens die viele Extra-Malch gewollt. Ey. Hoffentlich hab ich das auch genommen und hoffentlich hab ich mich gehört. Oh Gott. Das war jetzt super toll. Geil. Das war so cool. Ja, was ich wirklich? Oh, das war so cool. Ich hab den Extralive. Was ist mein Foto von dem Khoppen? Oh, ich bin so cool. Ich hab die Khoppen auf einen Koppel, ich hab die Koppel zu. Aber ich hab die Koppel sehr viel zu. Ich hab die Koppel umgebracht. Das ist wirklich so cool. Oh, das ist so cool. I want to miss X-Fallife, cool! Oh ja, ich bin da jetzt ein bisschen schnupfen aufgestanden und darum... ...ja, man stellt grad so... ...trott Stimmung. Auch dieses Level haben wir uns gelassen. Dann geht's jetzt zum Hippo. Denn in der Space Zone wartet das nächste auf uns. Wartet das nächste Serial auf uns, was wir... ...haben wollen. Das ist wohl nicht. So. Und da ich den Rufallweiter jetzt ausführlich kennen muss... ...das ist wohl nicht ein bisschen vorn. Hoffentlich ist das nicht mehr vorn. Naja, weil es ist jetzt ein bisschen zu lang geworden. So, durch ein bisschen Vorschulung konnten wir uns ein bisschen Teil des Spiels ausbauen. Das ist doch cool, ne? Aber wie soll das spielen? Versal... ...nein! Wir kriegen gar keine Rotte. Versal... ...nein! Ich hab das nicht verstanden. Ich bin ein guter Mensch! ...und wir sind sogar nur für ein Spaß-Jubiner! Oh nein, dass ich zwei im Kuchen fahre. Nein, wir haben ihn nicht! Schwerlos ist dein, oh mein Gott! Schwerlos ist dein, oh mein Gott! Geh! Das ist ein schlechter Nibus? Schein! Die! Die! Die, dann! Die, dann! Ja! Die, dann! Ja, nein! Los! Ja, nein! Oh, nein! Wie, dann! Nein! So, hier muss man jetzt einen bestimmten Block finden! Ja! Wir haben den Block gefunden. Den Entwinseln-Lock. So, und jetzt muss man so etwas länger bewegen lassen. Denn hier ist sowas wie extra. In extra-Area. Das wird so eine ganz knappe Sache. Wir haben es geschafft! Und hier ist unser zweiter! Unser zweiter Secret! Ja, ich habe mich ein bisschen gespeudert, sonst wüsste ich nicht, wo wir hin sollen. Oh! Ja! Der arme Mond jetzt, guck der Böse! Was ist das wirklich? Oh mein Gott! Der arme Mond! Juri Gagarin, da staunenst du, was?! Und jetzt haben huu?? Wir haben uns total verarscht! Ich bin der erste Glänzter auf dem Mond. Ende des Lächs. Okay. Oh, jetzt guckt er am Mond so. Aber weißt du, dass der Nachteil an Secrets ist, man kann nicht mehr hoch. Wahrscheinlich ein bisschen bescheuert. Ab jetzt in die nächste Saison. Welche mehr ist denn das? Das sind die Wackro-Saison. So. Und da ist jetzt vorher sehr gut gelegen, dass wir das jetzt haben. Weil es braucht nicht, dass wir das jetzt mit der Gange anbieten sind. Und, naja. Wenn wir es jetzt verlieren, dann wäre es eher... Ich würde schreit bei mir. Und es wäre für's Leben von uns sehr unangenehm. Und für euch sicher auch. So. So. Also. Muss ich mich jetzt konzentrieren. Komm. Okay, Mario. So, weiter geht's. Okay. 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 Seid ihr einverstanden? Okay, wir werden jetzt mal versuchen, es braucht eine Pause zu machen, weil jetzt glaube ich Besuch kommt.